So, ich habe mich nur ein bisschen ausgrünt. Es ist eigentlich alles in der Nähe. Das war eigentlich... Ich hätte nur ein bisschen... Ne, da muss ich nicht hin. Ein bisschen genauer schauen müssen. Das hier stört mich irgendwie. Ich würde da gerne eine Schleuse... Ist nicht mein Bier. Wir haben alles in der Nähe. Gold, Silber, Kobalt, Eisen, Nickel, Silizium, Magnesium. Fehlt eigentlich nur noch... Platin. Aber das werden wir hinkriegen. Das heißt... Da wir ja hier von netten Leuten umgeben sind, werden wir uns erstmal ein bisschen Eisen holen, glaube ich. Und was wir dieses Mal auf jeden Fall machen werden, ist, wenn wir... Wir werden die Basis ein bisschen durchplanen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sieht sich aber. Es sind längliche Felder. Also wenn man mal guckt... Da drüben ist das auch so. Oh, ganz ruhig. Das streckt sich alles über... Mal gucken, hier... Sind relativ... Große Felder. Die werden wahrscheinlich sehr... Flach werden... Flach sein. Was ich befürchte. Ah ja. Jura im Bauch, meine... Aber ich glaube, das... Das gibt es hier gar nicht, wenn es mich nicht täuscht. Jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen was frei. Und dann... Ruhe nicht die Antennen an, sondern... Dann wärmer mal da... Bissi... Bissi Gas geben. Bin gespannt, was das für eine Ader ist. Boah, da... Da hängt mir jetzt einen Stein raus. Naja... Die ist sehr flach und zieht sich einfach nur... Naja... Besser als gar nichts. Oh, für den Anfang wird das schon reichen. So... Da... Da pulzeln die Dinger noch raus. Boah, ich glaube... Haben wir jetzt noch sehr viel Stein? Äh... Eher nicht. Kann ich schon wieder zurückfliegen. Er funktioniert noch. Er ist allerdings... Wow. Warum bin ich mit... Mit dem... Mit dem... Ach so, mit dem Praff da bin ich gut. Und mit dem Parallax bin ich eben nicht gut. Uah. Guck mal gleich aufmachen da. Das ist... Schlecht. Oder ganz schlecht. Das ist ne... Scheiß... Ne... Scheiß Eskortel. Also... Nicht so gut. So. Was ist da eben gestanden? Was? Ich nehm gleich alles zurück. Das... Kann auch sein, dass ich mir das jetzt eingebildet hab. Aber da ist eben Platin gestanden, oder? Da ist nämlich noch ein... Dingsfeld. Oh, ne. Bäh. So. GPS. Mond. Und... Ne. PT. Und... NI. Dann brauchen das... Brauchen die noch... Die Farbe. Dann haben wir hier alles. Ja, nice. Okay, ich nehm alles zurück. Also... Wir haben alles... Erdenklich Wichtige. Das ist schon mal... Schon mal sehr gut. Skald wert. Ah ne, Platin. So rum. Die Parallax. Wo fliegen die rum? Dahinten. Oh Gott. Nicht in meine Richtung. Er fliegt sich behäbig, wenn er voll ist. Aber er fliegt sich. Das Gute ist, dann können wir gleich noch... Na gut, ich mein Eisen... Puh. Wir werden... Einen zweiten Schweißer... Äh, Schweißer... Wäre schon... Bohrer Fass brauchen, ne? Oder so. Uh. Und jetzt funktionieren auch die Einstellungen... ...nach dem Reboot. Sehr schön. Wasser wird rein. Dann brauchen wir... Ein Cargo Gold, Silber, das brauchen wir alles nicht Ja, vielleicht Wo fliegt der hin? Im Grunde kommt er nicht näher, ok Vision Platin wäre schon nice Gehen wir da mal runter und gucken Das ist natürlich eine nette Nette Oh, Sachi Sachi startet Sachi machi So Ja, dann muss ja jetzt mal was kommen Hey, hey, hey Nein, auch nicht an So ist der Ground Was ist denn da? Was ist denn da? Du kannst hier auch einfach reinkommen Neuerdings Sachi Okay Das funktioniert nicht Oder du sagst nur wieder nichts Das kann natürlich auch sein So Steht 1 Meter Aber sehen tue ich davon nichts Hallo 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 Ja, jetzt höre ich dich Während du dahin Vegetiert hast Habe ich schon eine gute Basisposition für uns gefunden Bist du zum Mond geflogen? Ich bin zum Mond geflogen Über Umwege Während du auf dem Sofa da gechillt bist Ja, was Ich habe Katzenklos gemacht Wäsche gemacht Äh, gesaugt Okay Nichts Langeweile Aha So, jetzt muss ich hier Wir haben alles außer Uran Gleich hier um uns rum Ja, wobei Normalerweise über dem Mond Das glaube ich auch Urban Ja, das kann durchaus sein So Hallo Kann ich hier noch irgendwie Rauszoomen Jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder rauskommen So Das läuft Das läuft Was habe ich jetzt Wow Nicht mal vier Tonnen Platin Äh, 4000 Platin Ja, es sind vier Tonnen Das ist natürlich Wahnsinn So ergiebig Schauen wir mal Mhm Ich wollte gerade sagen Das kann nicht sein Was? Zu wenig? Alles ist möglich Es ist ein sehr Nein, ich Ich habe gerade Äh, blauen Himmel Mit Sonne gesehen Mhm Und ich weiß Dass ich auf dem Sofa saß Ja Weil ich nicht wusste Ähm Ob da jetzt irgendwo was erbaut ist An Crew ist oder so Äh, ja Es gibt einen Crewraum Wo ihr schlafen könnt Gleich ein Stockwerk drunter Braucht es dann nur die Treppe runtergehen Ja, das ist äh Das ist Ja Da lacht das Platin Ich seh Gold Ich seh Silber Ja, wie Habe ich alles schon markiert Hammer Also wie gesagt Das war ein Glückstreffer hier Erst habe ich nichts gesehen Warum auch immer Mein Anzumpläten Jetzt müssen wir mal gucken Boah, da ist fast nur Gestein drin Aber ich glaube Ich nehme Achso Wir haben da keine einfache Raffinerie drin Ist natürlich ungünstig Vergrößern Also du kannst jetzt auch Alleine in den Channel Hier gehen, ne? Das, ja Ich habe mich gerade schon Gewundert So richtig geschrieben habe Dann habe ich es so Warum sehe ich da Mehrere Sachen Ja Ist lange überfällig Deswegen So, das Äh Ich habe da kein Problem Wenn der mich runterzieht Nö Ist Passt schon Ist angenehmer So Ich hoffe Da gehen jetzt So ein paar Büschen Pladi mit Ja, ein bisschen Es wäre nämlich gut Wenn wir hier irgendwas Mit Ion-Triebwerken Bauen wollen, ne? Ist super Dass der Bura hier Funktioniert Ja Es ist echt Eine hochdünne Ader Die sich schön zieht Das Problem ist Der Steinauswurf kommt mir Aber 16 Tonnen Platin Damit kann man arbeiten Sehr unglaublich Wir haben nicht mal ein Klo Aber Hauptsache Es ist eine Uhr an der Wand Das Äh Ja, ihr dürft euch Das gerne dann noch ausbauen Das Liegt Liegt bei euch Die Uhr Die hab ich eingestellt Ich hab da auch Licht Reingemacht Weil da war erst noch nix So Äh Ungut Ungut Was ist los? Low health Das ist natürlich immer schlecht Uncritical Ist auch noch Und Tot Äh Episch Episch Wie ich da rausgefallen bin So Nee Warte mal Schon das ist der Airlock Die Location Ja gut Parallax Shadow Der gefällt mir gar nicht Ehrlich gesagt Ich komm mal raus Dieses was Das brauchen wir nicht Also vielleicht Sollten wir einfach mal Die Signale ausmachen Wo findet er uns noch nicht? Gut ist es nur irgendwo Hoffentlich So Das wäre ich ein bisschen dumm von mir Warum? Was? Was heißt es? Aus dem Schiff hin Ich will rauslaufen Joah Ist er weg? Nö Aber er kommt auch nicht näher Ja das ist gut Das ist gut Gut mit deinem Hammer im Notfall noch fertig Das dürfte jetzt nicht so das Problem sein Ja da kommst du ja gerade Wie wolltest du denn hier bauen? Ist... Gute Frage Nächste Frage Also erstmal hätte ich Hätte ich überhaupt Ressourcen gesammelt Und das Schiff hier fertig gemacht Also weiter Ich würde erstmal eher hier hausen Bis uns die Lagerkapazitäten ausgehen Und dann zwischendurch Halt immer ein bisschen rumplanen Jetzt müssen wir mal gucken hier Ähm Naja 20.000 Das passt schon Was sagt die Ruff? Die sagt Nägel verstopft uns alles Das ist ja nun mehr voll Ich werde das Blatt hier drinnen haben So Dafür brauchen wir noch einen zweiten Bohrer Hm Ja so ziemlich Also je nachdem wie viel Gas wir hier geben wollen Sollten wir vielleicht noch einen machen Ähm 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 Ich überlege gerade wie du das hier Einen anderen Verbinder gebaut Oder Ich hab den Verbinder hier drauf gesetzt Den Small Verbinder Ah ok Und fertig Also nix Nix weltbewegendes Sooo Jetzt will ich die Tastenkombination von mir aus Shift Mittleres Mausrat Nee Ähm Für Blueprint Steuerung B Aber würde ich nicht machen Der Achso du hast den E abgedockt Ich hab den Eindruck Ich habe die Eindruck Ich habe die Eindruck Ich habe die Eindruck also vielleicht natürlich die shadow fliegt ja wir hatten den projektor gesetzt ich kann ihn auch gerne umdrehen oder du machst du das so mal gucken wir mal wie rum sind wir dann stehen wir auf dem kopfrat oder nee das ist schon richtig rum äh was vorne wir stehen nicht auf dem kopf ja nochmal ja und jetzt nach vorne ein stück noch ein ja jetzt bist du jetzt bist du da wo du hin willst jetzt sind wir da oder ja läuft ja jetzt aber hier wird das set up ja gut das lässt sich nicht vermeiden wahrscheinlich guten abend wiki wiki über fernverbindung ähm wo steckt ihr ja sage ich ja über fernverbindung wir sind schon wir sind schon on the way ja hier steht noch was anderes das ist die korvette die wir extra für euch da gelassen haben ja okay dann hast du schon gebaut das ist ja gleich viel äh schnapp dir vorräte milky schnapp dir vorräte äh ich schick dir unseren neuen standort ok ja okay die ist sehr weit weg äh was braucht ihr denn was ich unbedingt mitbringen soll nö du kannst hier nahrung das was du brauchst nahrung sauerstoffflaschen wir haben eigentlich sonst grob alles mit ok ok war das schiff immer aufgeladen zwischendorf das sollte relativ voll sein ok mal gleich na irgendwie spendet man anzug das ist ja nett hm oder auch halt nicht wie man es nimmt da wird nämlich nichts mehr konstruiert mal wild vielleicht mal neu laden so einmal schlieb hier rumpelt so wir müssen vor allem schauen dass wir jetzt jeden block erwischen ne beim schmeißen ja das ist nicht so geil aber ja müssen wir müssen mal zwischendurch immer wieder aus machen ich habe schon nur konstruierbare gemacht weil sonst die stelle gar nicht mehr was zu schwach schweißt ja stimmt achso ich muss ja noch um passt das ja ähm ich könnte aber vorher das machen wir mal kleine 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 ok von denen dann ganz viele hier vielleicht mal treiben wir es nicht so in die production in die production ach der scheiße hat sich ja sehr aufbauend an ja schon ja schon ähm kleine blöcke ok ok das ist vielleicht ein bisschen zu viel warum tut der hier nichts assembler 1 ok 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 dann halt mich ok dann halt mich so dann gucken wir die nochmal rein fern der ein ok 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 mhm das ist irgendwie nicht verbunden mhm auch immer schau mal mal so wiki wie läuft die reise wiki ich komme nicht hoch mit dem schiff weißt das wäre nicht so gut ich verstehe ja auch nicht warum bei der schubkraft eigentlich sollte ich tatsächlich probleme ausweichen ich komme nicht mehr weg ich komme nicht mehr weg ich bin jetzt durch vielleicht ist da irgendwo ein kleiner fehler so vielleicht vielleicht wenn das ist das ist